Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde, ich bin's wie immer, euer Gunshot und das ist ein kleines Infovideo und zwar zur The Division Beta von Tom Clancy und von Ubisoft natürlich. Ja, ich möchte jetzt gar nichts großartig über die Beta erzählen. Ich wollte euch lediglich darüber informieren, dass ich auch die Beta spielen kann, beziehungsweise dass ich ein Closed Beta Key erworben habe, beziehungsweise bekommen habe, dadurch, dass ich natürlich eine Pre-Order-Bestellung gemacht habe. Also ich hab's vorbestellt, auf Deutsch gesagt. Und natürlich will ich das halt let's playen und streamen. Darüber möchte ich euch bloß informieren. Leider Gottes kommt ja die Beta, also die startet zumindest am Freitag um 13 Uhr für den PC und für die Xbox One einen Tag vorher am Donnerstag um 10 Uhr morgens. Finde ich ein bisschen scheiße, um ganz ehrlich zu sagen, weil ich, naja, wie soll ich sagen, ich dachte eigentlich dadurch, dass die One-Version schon um 10 Uhr startet, dass dann die PC-Version irgendwie dann so nachts so Freitagmorgen um 0 Uhr direkt so losgeht, hätte ich mir jetzt gewünscht, dann hätte ich nämlich auch da schon direkt streamen und ein paar Aufnahmen machen können, weil ich bisher nur die Eindrücke habe, die andere YouTuber bis jetzt von der One-Version gezeigt haben oder halt auch ein paar Szenen von der PC-Version zu sehen sind, wie man auf der Seite von der GameStar kurz sehen konnte. Da konnten die das wohl auf PC anspielen und haben dazu auch ein bisschen Videomaterial bekommen, wo sich ja durchaus zeigt, dass die PC-Version grafisch auf jeden Fall deutlich hübscher ist als auf der Xbox One, was ja auch zu erwarten war. Ich denke, die PlayStation 4 wird da wahrscheinlich auch noch ein Ticken besser sein. Dazu habe ich jetzt auch noch kein Videomaterial gesehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und dadurch, dass sie halt erst 13 Uhr startet, um die ich dann leider Gottes noch auf Arbeit bin und das noch sehr lange, werde ich wahrscheinlich erst Freitagnacht loslegen können. Ich hoffe noch vor 0 Uhr, also dass es noch nicht den Samstag erreicht. Da müssen wir mal gucken, wie ich das alles zeitlich schaffe. Ist ein bisschen doof gelaufen, aber so muss es natürlich sein. Ich erwerbe einen Closed Beta Key und freue mich, dass ich es eher spielen kann. Dann läuft so einiges schief. Das ist nicht nur das mit der Arbeit, dass ich dann da erst nachts loslegen kann, was ich natürlich dann auch machen werde. Ich werde dann auch direkt Freitagnacht streamen, also schön auf meinem Twitch-Kanal achten, beziehungsweise einfach die Facebook-Seite bei mir abchecken. Ich werde dann auch direkt posten, sobald ich online gehen sollte. Und das Videomaterial zu The Division für YouTube wird dann wahrscheinlich Samstag auf jeden Fall auch online gehen. Was noch schief gegangen ist, ja liebe Freunde, ihr habt es vielleicht in meinen Streams ja schon mal mitgekriegt, dass ich mir jetzt nach, wie alt ist mein Rechner jetzt, ich glaube drei Jahre, habe ich mir einen neuen PC bestellt bei Mythcom. Und ja, das Doofe ist, ich bekam eine Mail jetzt vor ein paar Tagen, dass sich die Lieferung um vier bis fünf Tage verzögert und die sich ganz dolle dafür entschuldigen wollen und mir dann auch gratis einen 16 GB USB-Stick dafür geben, um das zu entschuldigen. Ja, okay, sowas kann natürlich passieren, aber jetzt muss das jetzt sein. Ich dachte halt, ich kann mit dem PC dann gleich richtig gute Grafik aufnehmen für die Beta, dass das gleich ein Top-Quali ist und so wie es dann halt am Ende vielleicht auch aussieht und ach, keine Ahnung, das ist wohl ein bisschen in die Hose gegangen jetzt und naja, ich versuche das Beste aus meinem PC jetzt noch rauszuholen. Eigentlich hat er mich ja noch bisher nicht im Stich gelassen, was so die Auflösung und die maximalen Grafikeinstellungen anging, aber ich denke bei City Vision werde ich da ein paar Abstriche machen müssen, werde natürlich trotzdem versuchen, das in der bestmöglichen Qualität abzuliefern und dann irgendwann natürlich hoffentlich auch auf dem neuen PC ordentlich hinzubekommen. Der Key ist übrigens für alle, die auch vorbestellt haben oder ein Beta-Key sich organisieren konnten und einfach nur darauf warten, dass er zugeschickt wird. Schaut mal in euer E-Mail-Postfach. Ich habe meinen Key jetzt am 26. bekommen, um 17.15 Uhr, um genau zu sein. Da ging der erste Key an mich, ich glaube, das ging aber schon irgendwie 14 Uhr los. Auf jeden Fall reingucken, der Key ist bestimmt schon unterwegs zu euch und falls das nicht der Fall sein sollte, dass ihr euch natürlich auch rechtzeitig nochmal mit Ubisoft in Verbindung setzt, gerade oder mit eurem Verkäufer, wo auch immer ihr den Beta-Key oder die City Vision Version erworben habt, wo dann eigentlich der Beta-Key natürlich auch bei sein sollte. Deswegen schnell machen, nicht, dass ihr das am Ende noch verpasst, wäre auf jeden Fall schade drum, sind eh nur ein paar Tage und die möchte man ja natürlich auch nutzen, deswegen E-Mail-Postfach checken, Spam-Filter checken, könnte alles irgendwo dabei sein und dann kann es ja auch schon bald losgehen. Der Download läuft zum Beispiel ziemlich flüssig, ihr seht es im Hintergrund, ich lade das Ding runter, ich glaube, das wird vielleicht insgesamt eine halbe Stunde bei mir dauern, der komplette Download oder eine Dreiviertelstunde, ich selbst habe eine 100k-Leitung, von daher geht das natürlich relativ zügig, also auch ihr anfangen, rechtzeitig runterzuladen, je nachdem, was für eine Leitung ihr habt, dass ihr das Ding dann auch rechtzeitig zocken könnt. Ja, das ist jetzt eigentlich so hauptsächlich das gewesen, wieso, weshalb, warum ich dieses Video mache, ihr seht selbst, es ist jetzt gleich halb eins und ja, das ist so meine Zeit, wenn ich arbeiten war, dann geht es immer erst zu spät bei mir los, früher geht es halt nicht, aber irgendwie muss ja die Kohle reinkommen, nicht wahr? Ich sitze jetzt hier gerade noch mit einem Käffchen, ja, um die Uhrzeit noch mit einem Käffchen, um mir eine Zigarette, um den Abend ausklingen zu lassen und dachte, ich sage euch wenigstens mal kurz Bescheid, wie es denn weitergeht, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch dabei seid, also beim Zugucken, wie gesagt, Twitch-Stream könnt ihr live verfolgen und auf YouTube natürlich auch, vor allen Dingen interessiert mich, wie sehr euch The Division interessiert. Ihr könnt mir ja mal ein paar Comments da lassen, ob ihr das hyped, ob ihr da Bock drauf habt, ne, das würde mich auf jeden Fall voll interessieren, da hätte ich Bock drauf, mit euch ein bisschen drüber zu quatschen, vor allen Dingen, weil ja, was ich auch Let's Play jetzt hab Watch Dogs so in die Hose gegangen ist von Ubisoft und ich hoffe auf jeden Fall, dass die das jetzt besser gemacht haben und nicht so verkackt haben wie Watch Dogs. Also der Watch Dogs Multiplayer war ja für jeden, der es kennt, einfach grottig. Kein Wunder, dass ich das nicht Let's Played habe oder überhaupt auch nur eines Videos gewürdigt habe. Grafik hin oder her, ne, muss nicht sein. Ich lege große Dinge in The Division, hoffe, sie haben nicht zu viel angepriesen, werde mich auf jeden Fall überraschen lassen, ich hoffe positiv, ich hoffe, hoff, 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 positiv. Ja, bin auf jeden Fall geil drauf, leider Gottes nur ein Wochenende. Ab 8. März geht's dann richtig los, da bin ich natürlich dann auch direkt mit dabei und ja, müssen wir mal gucken, was da so kommt. Mit diesen Worten möchte ich mich von euch auch schon verabschieden, ich wünsche euch noch eine gute Nacht, eine schöne Restwoche und hoffe natürlich, dass wir uns dann Freitagabend sehen, beziehungsweise Freitagnacht und ihr mit dabei seid, wenn The Division Beta losgeht. Und wie immer wünsche euch bis dahin war's, euer Gunshot.